Wir befinden uns heute vor der Europazentrale von Subway in Amsterdam. Unser Aufstand der Hühner ist Teil einer europaweiten Kampagne, mit der wir und 19 weitere Tierrechts- und Tierschutzorganisationen Subway endlich dazu bewegen wollen, sich der Europäischen Masse und Initiative anzuschließen. Mit Hilfe von zahlreichen Unterstützerinnen haben wir es geschafft rund 130.000 Unterschriften zu sammeln und diese haben wir heute an die Subway-Zentrale von Europa hier in Amsterdam übergeben. Damit wollen wir zeigen, dass es den Konsumenten nicht egal ist, wenn Tiere leiden und dass viele Konsumenten einfach mehr Verantwortungsbewusstsein von Subway erwarten. Die Europazentrale von Subway hat leider noch keine konkrete Stellungnahme gegeben und daher werden wir weitermachen mit unserer Kampagne. Wir werden erst Ruhe geben, wenn Subway endlich die machbaren Verbesserungen der Europäischen Masse-Initiative bei seinen Lieferanten durchsetzen wird. Wenn ihr unseren Aufstand der Hühner unterstützen möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, fleißig mitzutwittern und zwar bei unserem Twitter-Storm mit dem Hashtag Chickens against Subway.